In der Belohlecette, 30 Jahre alt, 1,77 Meter groß, gewohnt mit 65,3 Kilogramm. Er wird heute betreut durch Marc Vogel. Bisher 85 Kämpfer, 71 Siege, 34. Er wird vorzeitig durch Knock-out. Er ist am Tier der Weltmeisternachversion der BOE, so wie der IKWO. Vom Team Vogel in Duisburg, Mr. Eisenschädel, Alex Vogel. Sein gegenüber in der Roten, 20 Jahre alt, 1,78 Meter groß, gewohnt mit 70,9 Kilogramm. Er wird heute betreut durch Werner Kreiskort. Bisher 21 Kämpfe, 18 Siege, 5 davon beendet er vorzeitig durch Knock-out. Er ist amtierender Europameisternachversion der WKU. Vom Fight Club in Wuppertal, Aschen Ismaili! Erste Runde, 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 Runde. Fight! Geh nicht zurück, dein Weg ist nach vorne, Alex. Raus aus der Ecke, genau. Stopp! Dann schnell zur Seite drehen. Fight! Dann Boxen, Seite. Boxen! Amen! 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 Damit du nach vorne umfassst. Du willst uns nach vorne umfassst. es ist notwendiger, baş share, es ist notwendig! es leadership ist und verbrechtet! Immer wieder antworten, genau. Schnell immer antworten, das ist richtig. Jawohl, und dann oben. Und dann sofort oben. Genau dann, da steht er unsicher und da sofort boxen, Alex. Und dann! Seine Porschau. Jawohl, genau, genau. Halt ihn da fest, halt ihn da fest. Halt ihn da fest, halt ihn fest. Den Mirafon. Halt ihn da fest, halt ihn d audio。 lift ihn directive, jack ihn, nach oben. Fuhr ja montiert, basant ihn. Steine uhrerung! Das war gut, aber eher agressiv. 1, 2, 3, 2, 3. Geh gegen ihn! Geh gegen ihn! Geh gegen ihn! die waren bei Wunder locker, und wenn du mit den Wunderang angst- ? Stop, rechtiginem Geh gegen ihn! Immer ansDBauiger war das einmal gegen die Wunderer worship! Da sich noch zu, auf 9 Wunderenuyor teraz. Jetzt geht's! Geht mir den Aufhäder! Steht in der Mitte, unterhämmen! In der Mitte! Geht aufhäder! 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 Stopp! Jetzt hast du genug aufgebaut! Jetzt kannst du Power geben! Komm! Geht aufhäder! Geht aufhäder! Geht aufhäder! Geht aufhäder! Geht aufhäder! Geht aufhäder! Jawohl! Und Knie! Sehr gut, Alex! Das will ich sehen! Geht aufhäder! Sehr gut! Jawohl! Schöne Beine arbeiten! Immer wieder Arme! Sehr schön! Immer wieder boxen, boxen, boxen! Und dann oben drüber setzen! Jetzt ist es so, genau! Du nochmal! Ja, sehr gut! Antwort oben drüber! Ja! Jawohl! Sehr gut, Alex! Hey, warnt zweimal! Schilly, warnt zweimal, ne? Jetzt geht zu viel auf Boxen! Und du machst mehr Knie! Komm! Hier geht deine Knie nicht! Jetzt, ja! Genau das! Genau das! Wir bleiben oben vor Kopf stehen! Tschüss! Wenn du das mal oben gehen! Jawohl! Das war sehr gut! Stop! Ich versuch mal schneller weg, alles, schneller weg zu drücken und Knie zu drücken! Hey! Das heißt, Dauer, Dauer! Tschüss! Wir bleiben kontrollieren! Wir bleiben kontrollieren! Genau so! Hart antworten! Immer hart antworten! Genau! Perfekt! Perfekt! Alles genau so! Immer hart antworten! Das ist super, Agent! Und der Dauer! Und der Dauer! Alles weg! Hält! Hält! Sehr gut, Agent! Ja, warte! Nibirito! Jawohl! Genau! Nase! Nase! Genau! Hält! 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 Der zweite Runde! Hält! 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 Genau so, wie der jetzt kommt. Konter hinaus. Konter hin weiter aus. Ja. Schön. Sehr gut. Schöööön. Jawohl. Körper nicht vergessen. Andersrum, andersrum. Jawohl. Und die Arbeit. Zwischen, Alter. Also fünf Meter kann man stoppen. Alex, du hast den kaputt schon lange aufgebaut. Jetzt gib mal Gas. Genau so. Genau so. Jawohl, da, da. Sehr gut. Sehr gut. Manu eins im Spiel. Und jetzt. Mach am. Darf die Helvus, darf die Helvus. Geh du nach vorne. Und dann antworten. Langة Antworten. Alexander, komm 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 komm. Geh du nach vorne, Alex. Komm, gib Gas. Und dann, komm online. Jetzt! Und dann, dranbleiben, dranbleiben. Genau so undじゃ. Und jetzt. Sofort drauf alle. that Neyser,ינers frequens. Komm, komm! Und weiter, und weiter! Du gehst nach vorne! Ist nicht mehr lange! Komm, komm, komm! Gib Gas! Komm, komm, komm! Genau! Jawohl! Ein und Außenlogik! Jawohl! Und dann arbeiten! Genau so! So weiter! Mit dir brauchen wir nicht zu flinchen! Sehr gut! Genau, Alex! Schön mit der Hose! Eins, zwei, zwei! Ja! Ja! Jetzt rechts! Jetzt rechts! Ja! Ja! Einen linken Haken! 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 Komm, 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 komm! Jawohl! Sehr gut aus Fini, Alex! Ich hab noch nicht links! Ja, ich kann noch nicht! Ja, ich kann noch nicht! Ich muss ja mal, du kennst das hier doch! Ja, du, alte Pferd! Ja, du, alte Pferd! Ach, hau! Ja! Komm, Alex! Konzentriert weiter Arbeit! Oh, komm! Jetzt ein 10! Ach, 10! Hopp, 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 hopp! Scheiße! Der war ja rutschig Zwergku! Nochmal Aktion will ich sehen! Aber eine harte! Harte! Noch härter! Danke! Also, wunderbar in der Fische! Ich geh mit! Ich geh mit! Also, die Kommentatoren! Den hab ich in die Tasche gepackt! Das sind keine konkrete! Ich geh mit! Ich geh mit! Ich geh mit! So, nach Ablauf der drei Runden sind sich die Kampfrichter nicht einig! Wir haben ein Unentschieden, es heißt, es geht eine Runde Verlängerung! Tio! 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 Ich hab heute Abend, Herr Leider, alle Kämpfe! Die vierte Runde, Round 4. Die vierte Runde, Runde, Runde. Die vierte 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 Runde. Die vierte Runde. Die vierte Runde, Runde. Die vierte Runde, Runde.